Wer interessiert sich schon für über 40 Jahre Erfahrung oder Qualitätstests weit über die Standards hinaus? Wer braucht schon hochwertige Komponenten oder Markenqualität namhafter Hersteller? Wer denkt denn ernsthaft man könne das Maß an Sicherheit stets erhöhen? Wer glaubt jetzt noch daran, die globale Erderwärmung wäre noch zu stoppen? Und wer glaubt heute wirklich noch an die Zukunft für den Standort Deutschland? Wir. Wir glauben daran.